Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fehlermotten, zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Harry Potter. Wir gehen nicht mehr dahin. Da sind wir letztes Mal so ein bisschen gestorben. Ah, ist das Wasser? Ja, das ist Wasser für die Fische. Die wären zwar jetzt tot, aber... Okay, wie man das so möchte, ne? Wie man das... Einmal hier den Spiegel sauber machen. Und hier sollten wir vielleicht aushelfen. Oder auch nicht? Okay. Wir müssen ja nicht aushelfen, ne? Okay. Ach, hier können wir im Spiegel sehen, aber es ist eigentlich gar nicht da oder irgendwie sowas. Okay. Das ist alles. Kein Problem. Wir brauchen einmal den Hagrid. Ja, es ist nicht wirklich da. Es ist nur im Spiegel da. Okay. War's das? Oh, er ist ein Auge. Das habe ich noch gar nicht gesehen, das Auge. War das schon die ganze Zeit da? Oh, ich wusste nicht, dass ich hier rein kann. Ich weiß nicht, wozu diese roten Dinger da sind, weil das haben wir noch nicht gelernt. Deswegen, äh, joa. Ich sehe nicht, was wir gebaut haben. Was ist das? Ah, das ist für den Ritter ein Schwert. Ah, der hat nämlich einen Schlüssel. Dankeschön. Ich freue mich, einen Schlüssel erhalten zu haben. Den ich... ...weiß Gott wo benutzen werde. Du bist im Weg, du Fettsack. Dankeschön. Also nicht hier. Nein, wo ist der Schlüssel hin? Du bist... Kannst du mal aufhören, im Weg zu sein, Mann? Das ist so nervig. Im Spiegel habe ich keinen Schlüssel. Hm. Ich weiß nicht, wo wir den benutzen, meine Lieben. Aber bescheinend können wir nicht rüberspringen, oder? Doch. Ach, vielleicht hier unten? Nein. Nicht hier unten. Wir haben einen Schlüssel. Und... Puh. Keine Ahnung, wo wir... Ach, da drüben. Wo wir den benutzen. Jetzt wissen wir es. Besser später als niemals, ne? Okay. Ach, Voldemort. Ist in einem der... Ähm... Der Dinger drin. Kann ich die hier auch noch? Nee. Geh mal du hier hin. Und machst du das? Praktisch. Sehr praktisch. Oh. Kaputt. Oh mein Gott, Riesenspinne. Deswegen ist es kaputt. Das hast du für die, eine Riesenspinne. Ich mag keine. Aus einem guten Grund. Nein, ich kann da nicht hin. Ich kann da nicht hin, weil ich das Tor nicht aufmachen kann, Mann. Hä? Was jetzt? Was jetzt? Ich glaube, die ist eine Dekoration. Okay, also da kommen wir leider nicht hin. Heavy in Pullover freigeschaltet. Okay. Jetzt sammeln wir noch ein, so gut es geht. Dann macht der Hagrid hier auf. Ich glaube, das ist eine Dekoration-Dekoration-Dekoration-Dekoration-Dekoration. Ich glaube, die ist eine Dekoration-Dekoration-Dekoration-Dekoration-Dekoration-Dekoration. Aber in der Ende vom Blackout, orientation zu touring, ist es eine Mくziplin-Dekoration-Dekoration-Dekoration. Tut mir nicht. Hat das nicht so gut gelaufen ist. ich habe keine ahnung was wir mit denen machen ganz ehrlich goldene steine 21 ich möchte fortsetzen natürlich hallo 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 fliegt doch einfach drüberwand ja das auto wollte dann halt nicht mehr ach ja der ron hat seinen sauerstab kaputt gemacht okay wir sind im schloss hogwarts ach und das schloss sieht jetzt ein bisschen anders aus ich weiß nicht wie wir da jetzt hin kommen oder da jetzt gehen wir doch erstmal dem geist hinterher ach der geht da rein okay nein wir brauchen immer noch einen zaubertrank alles klären ich sehe aber gar keinen 1 von 10 ach doch hier ist der zaubertrank natürlich hallo bin ich stoff oder was hier ist eins das kommt dann hier rein ja nee das kommt hier rein oh das kommt hier rein und jetzt müssen wir noch hier rein finanziell alles ich dachte das macht dann noch irgendwie so eine animation aber dann bother ich Ich frage mich, wie das schmeckt oder ob das überhaupt nach irgendwas schmeckt. Geh mal weg, bitte, es muss hier schnell sein, Dankeschön. Ach, ein riesen Gong, okay, dann gehen wir mal zu dem riesen Gong hier. Nein, das können wir leider nicht benutzen, schade Schokolade, wo geht's denn hin hier? Was ist denn das da? Hm, okay, keine Ahnung, was das ist. Ach, wir müssen zurück zum Pflanzenunterricht. Mal gucken, was wir dieses Mal freischalten hier. Mal sehen. Mandrake-Root heißen die, wenn ich mich richtig dran halten würde. Hallo, das sieht aber auch cool aus, das Glas, oder? Der Roboter ist immer noch grüßend. Ähm. Äh, warte mal, so vielleicht? Ich guck mal, wenn wir hier B drücken und dann... Nein? Okay. Ne? Ja. Ach, das sind immer all die Babys. Aber was machen sie mit denen? Müssen sie in einen Topf gehen, oder nicht? Ja. 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 Equity, damit ich sie gefällt machen kann. Dafür sind sie da. Damit ich dich nicht gefällt machen kann. Kannst du mal mitnehmen? Dankeschön! Bitteschön, Nächstes, Dankeschön, Nächstes, und Fertig, Umgang mit Allraunen freigeschaltet. Okay, ich weiß nicht, wozu wir das gebrauchen können, aber okay. Hm, wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Oder kann ich vielleicht das noch nehmen und dann das da kaputt machen? Ja! Okay. Kann ich das nicht nehmen? Nein. Schade. Schade, Schokolade. Ich hätte das gerne mitgenommen. Ohne Witz. Okay. Und los geht's. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist der liebe Geist, der uns immer hilft? Das wäre jetzt so die goldene Frage. Ah, hier ist der Geist frei. Ah, guck, deswegen ist da der Schrank. Okay, wir gehen jetzt in den Schrank rein und machen mit dem alles kaputt. Ne? So machen wir das jetzt. Das passt noch in die Folge rein. Ich finde das so witzig, der hat einfach nur dieses Stubs da drauf. Entschuldigung. 1 von 5. Hier ist doch noch irgendwo eins. Ach, hier ist noch eins. Das sollte sich aber eigentlich erreichen, oder? Der läuft leider etwas langsam damit, aber das ist okay. Jetzt kriegen wir endlich die 5 von den 5. Ravenclaw, bitte. Du bist im Weg. Oh, da hängt einer runter. Habe ich gerade eben erst gesehen. Jeder ist dezent genervt. Okay, aber hier ist dann auch noch eins. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich habe eine Alraune. Aus dem Weg. Ich habe eine Alraune. 3 von 5. 4 von 5. Und dann haben wir jetzt gleich 5 von 5. Nämlich hiermit. 5 von 5. 5 von 5. Hufflepuff-Junge freigeschaltet. Also ich glaube, wenn wir mal jemanden brauchen, der von Hufflepuff ist, dann haben wir da gute Chancen. Okay, aber jetzt kann ich schon da rein. Bitteschön. 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 Wie retten wir den Jungen da oben denn? Gerettet. Ja, gerettet. Ja, gerettet. Okay, das ging ja schnell. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dieses Video einen Daumen nach oben zu geben. Diesem Video. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr es soweit geschafft habt. Hashtag Alraunen sind nervig. Und ja, das war es jetzt von mir. Bis dahin, eure Iwamo. Tschüss.